Rainer Werner Fassbinder, geboren am 31. Mai 1945 in Bad Waurishofen, starb am 10. Juni 1982 in München. Er wurde nur 37 Jahre alt. Zwischen 1969 und 1982, also in nur 14 Jahren, drehte er 44 Filme, darunter mehrteilige Fernsehproduktionen. Er produzierte 26 Filme selbst bzw. in Co-Produktionen. Er ist in 21 Filmen anderer Regisseure sowie in 19 eigenen als Darsteller bzw. Gast aufgetreten, hat 14 Theaterstücke geschrieben, 6 neu bearbeitet und 25 inszeniert. Rainer Werner Fassbinder hat 4 Hörspiele und 37 Drehbücher verfasst und an 13 Skripten mit anderen Autoren zusammengearbeitet.